Ich befinde mich hier gerade in Candelaria. Das ist eine kleine Stadt im Südosten der Insel. Also extremst ruhig hier aktuell. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Absolut verrückt. Hier stehen mal einfach so Statuen rum von den Guantian. Ich glaube, das sind die Häuptlinge von den Clans gewesen. Acaimo. Sieht aber schon ziemlich imposant aus, auch die Statuen. Ziemlich nice, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr, was ist diese Leute? Die Menseye, die Reine Canarien, die ein Stück der Isle haben. Das ist die Gwanche. Die Gwanche. Die Menseye. Die Menseye. Menseye. Es ist das gleiche. Ah, Gwanche, Menseye. Ja, das stimmt. Und das sind 9 Reyes? Adjonan, Acaimo, Peñaterve, Pencomo, Penearo, Pelicar, Pelinor, Rommel und Teguete. Wow, vielen Dank, Herr. Wow, die kannten ja alle auswendig den Namen. Also da sind auf jeden Fall die alten Könige von den Vorfahren, von den Kanarischen Inseln. Absolut verrückt. Casa el Capitan. Check mir mal ab, was das ist. Hola, Señor. Tu vives en Candelaria? No. Eres turista? No, vivo en Tenerife. Ah, ok. Casa el Capitan. The Captain. Yeah, the Captain, but which Captain? You don't know, like me. Yes, because yeah, House of the Captain, obviously, 1955. Maybe with just a random name. Because usually people they do it here, they choose the name of their house, just because. Ah, ok. Maybe this guy was the captain of like a fishing boat or something like that. Ok. I don't know. Maybe we have to ring the bell? I don't think nobody is living here. No? I will try. Try, yeah. Like a weird castle. These are typical volcanic rocks. Ah, ok. They're kind of yellowish, white, something. It's really typical. Yeah. That's the material in the mountain. Yeah. Nobody is at home, so the captain is not be the captain anymore. Maybe. Maybe he moved to another house. I think it's abandoned. Yeah. Yeah. There's also the Spanish flag. Who? Yeah. How do you know the Spanish national hymne? Do you know the Spanish national music? Yeah. Yeah? Yeah? The national music? Yeah. Here no Spanish national music. Here is folklore Canario. I mean not that, I mean like, you know there's the flag from Spain, the hymn, national hymn. No. What do you want? The hymn national? I just wanted to ask you if you know the hymn national. I know the hymn national. I know the hymn national. I know it. How it's like? The hymn national from Spain don't have letters. No? Only music. Ah, ok. And it's already existing hymn the Canario? It's very difficult. Because in Canaric Island, some people, very much people, he want to, he want to independence. Ah, yeah. From Spain. Yeah. It's the same to Escocia, Scotland, Irish. Yes, yes. It's the same. And here, this hymn, this hymn, half, half letter. Ah, ok. But you can't sing it? You don't know how to sing the hymn? I can sing the hymn. Yeah? Yeah. Ok. Ok. Independence. Yes, yes. What? The independence of Canarias, yes. Oh, mamá, bandera tricolor. Con siete estrellas verdes, con siete estrellas verdes. Oh, mamá, bandera tricolor. La, 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 que divertido. La, 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 que vacilón. Oh, oh, oh. Me gusta la bandera, me gusta la bandera. Oh, mamá, bandera tricolor. Man, you're a good singer, good singer. How are you? Rubén. Rubén. My name is Vladdy. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Patricia. Patricia. Is this your daughter? My wife. Ah, your wife. She's my wife. Oh, that's good, that's good. He's a really good man. Ok. Bye. Bye. Thank you. So, I'm back again. I think there was a street that I had lost. Unfortunately, I lost my family. Here. 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 It's not dangerous. No, no, no. You have to kiss him. He gestures his butt or he'll fight. Yes, yes. Brownie. What is his name? Brownie. Brownie? Yes. Oh! Everything she's inside. It's fine. This hair is like a hinsting, no? Yes. Let's go! Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen, wie der losgebrüllt hat. Ach krass, und hier sitzen die dann so und beobachten, wie die Autos vorbeifahren. Ich dachte, wir sitzen hier rum und gucken sich die Autos an, aber hier ist eine Busreitstelle auch Guagua heißt das auf... Este Guagua ist in Tenerife? Autobus ist in Español? Si, Autobus in Español, und hier se le llama Guagua Ah, warte, warte. Si, entiendo, entiendo. Okay, also die sagen hier nicht Autobus, weil Autobus ist ja auf Spanisch Bus. Die sagen Guagua. Verrückt. Wir checken auf jeden Fall noch die Promenade ab. Boah, aber ich muss gestehen, ich muss ehrlich sein, er stinkt irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es riecht so quasi nach Sumpf irgendwie. Obwohl es ja das Meer ist eigentlich. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Eigentlich ganz nice. Schon ganz nett hier. Hier habt ihr auch so einen kleinen Strand zum Baden, wenn ihr Bock habt. Oh, ich glaube, da passiert was Spannendes. Ich glaube, der ist Krabben am Fangen. Ich bin ein Kollege da. Hallo, Herr. Was machst du hier? Was machst du hier? Ja. Was machst du hier? Ja. Nein. Nichts. Und du machst das für die Küche? Ja. Das ist für die Küche. Ah, vale. Ja, leider. Keine Krabbe gesehen. Aber? Wir checken nochmal weiter den Platz hier ab. Boah, ich habe heute einen Döner reingeknallt. In La Laguna war extrem geil. Aber ich bin immer noch voll gefrest. Oh, wieder ein kleiner aggressiver Hund. Oder auch nicht. Okay. Da sind wir am Ende hier. Alles klar, guys. Oh, es ist ein kleiner. Ja. 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 Okay, guys. Dieses Video endet hier. Doch das nächste kommt schon bald. See you in the next one. Peace. Bye.